Alles über das Bachelorstudium Bildungswissenschaft in 90 Sekunden. Los geht's! Bei der Bildungswissenschaft geht es um Pädagogik und das Zusammenwirken von Psychologie, Soziologie, Philosophie und Kulturwissenschaften. Du hast Interesse an der Menschheit und ihrer Entwicklung? Die Geschichte unserer Gesellschaft und die Veränderungen unserer Systeme faszinieren dich? Dann bist du hier genau richtig! Erforsche mit uns Bildungs-, Sozialisations- und Erziehungsprozesse. Ob in Kindergärten, Schulen und Universitäten oder auch in der Familie und in Freundeskreisen. Im Studium beschäftigst du dich mit Sozialpädagogik und Beratung, Erwachsenen- und Weiterbildung, inklusiver Pädagogik, Medienpädagogik, psychoanalytischer Pädagogik sowie Schul- und Bildungsforschung. Aber du diskutierst auch bildungsphilosophische Fragen. Du erfährst viel über Diversität und soziale Ungleichheit, genauso wie über die historische Entwicklung der Pädagogik. Im Studium entwickelst du einen kritischen pädagogischen Blick auf die Welt. Lehrformate in Theorie- und Praxis- und Forschungsprojekte sorgen für Abwechslung. Was tun, um zu studieren? Check dein Interesse im Online-Self-Assessment, beachte unbedingt die Registrierungsfrist und melde dich für das Aufnahmeverfahren an. Und nach dem Bachelorstudium? Mit dem anschließenden Masterprogramm Bildungswissenschaft vertiefst du den wissenschaftlichen Zugang zur Pädagogik und qualifizierst dich zum Beispiel für Leitungspositionen im pädagogischen Berufsfeld. Du kannst aber auch schon während und mit dem Bachelorstudium arbeiten. Zum Beispiel in der Betreuung und Begleitung benachteiligter Menschen, in der Erlebnis- und Hortpädagogik, in der Sprachförderung, Bildungsverwaltung oder auch in der Pädagogik im Freizeitbereich, mit Tieren, im Museum oder in der politischen Bildung.